Hallo liebe Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge der Lanzhof und wer letzte Folge gesehen hat, der weiß genau, wir fahren jetzt hier links den Berg hoch und da hat er gut zu Lanz genug zu tun, weil wir haben gut Mist geladen. Das ist jetzt bestimmt gleich an. Nur hier hochziehen. Na, das ist doch Sound vom Feinsten. Das ist doch prima. So, ich muss gucken. Ne, was ich schon, Mist. Guck mich, ich will nicht kommen, wir müssen. Und dann. So. Den Lübjörn? Den Lübjörn? Den Lübjörn ist ein Wasserfahrt. Den Lübjörn? Ich wüsste so genau, ob ich hier auch noch ein Mist hättet. Aber ich hatte den Lübjörn nicht. Jetzt geht's rein. Den Lübjörn? Ja. Den Lübjörn? Den Lübjörn? Ja. Den Lübjörn ist der Beste. Exerven Das wollen wir nicht einfach sein. Dinger hier rausklappen. Ein bisschen mehr Grip haben, ne? Und das geht ja auch wieder hoch. Ah, jetzt hier wieder, ne? Ja, jetzt hier wieder. Jetzt will ich auf der Straße, ne? Ich bin nicht krall. Nee, dann kommt es schon bei der Meister. Die Straße zu gehen. Ja, ich bin nicht krall. Jetzt bin ich auf der Straße. Nein, ich bin nicht krall. Nee, dann kommt es schon bei der Meister. Ja, das ist so. Ich darf schon mal abhängen. Dann darf ich schon mal schaufeln mal gerne machen. Das sind jetzt alle, die ganzen Lüchter daran mit schleppen, ne? Das kriegt man nicht, das kriegt man nicht, wenn die Änderung nicht so hin. Das ist irgendwie... Aber realistisch, aber irgendwie... vielleicht noch mal nicht. Hallo? Yo! Seine im Funk? Ja, ich bin im Funk. Ja, ich... Ja, der Heinz! Achso, wo bist du denn? 22 Stück? Ja. Ja. So ist ein Mist. Ja, Mist fahren, jawohl. Ich wollte mal noch, ich habe eben gesehen, hier ist Unkraut. Bei mir ist Unkraut, ja. So mal misten. Ja, spritzen. Spritzen oder so abschaben? Mit Striegel. Mit Striegel, ja. Die stehen noch, ich glaube, ich habe noch etwas bei mir auf dem Lager. Das wäre cool. So eine Schleppe ist das, glaube ich. Genau, so eine Schleppe, ja. Die brauche ich nicht, ja. Was kostet das Ding denn? Boah, muss ich gucken. Keine Ahnung. Das wäre cool. Soll ich gleich noch vorbeibringen? Ja. Ja, nicht mehr ewig, aber kannst du ruhig was bringen. Wenn die jetzt recht Zeit hältst, ja, das wäre cool. Ich habe noch ein bisschen Zeit, ja. Das wäre geil, ja. Dann gucke ich, bringe ich da gerade mal rüber. Genau, kann man direkt mal testen hier, wunderbar. Okay. Ja, du weißt Bescheid, dann bis gleich. Ja, bis gleich. Tschö. Tschö. Das wäre natürlich noch besser, wenn du vorschiffen. Keine Spritze für sie kaufen. Schon nicht Dünger, dann würde ich ja nicht spritzen. Wenn ich kein Kunstdinger mache, sagen wir das auch. Irgendwo tue ich ja trotzdem. Ja. 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 Weil ich esclos Used hat. milligrams friends. Jena. Nein. Ich denke, ich vergesse. 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 Das hat neujahr nur 700 Euro gekostet, aber immerhin braucht kein Unkrautkreppel, ne? Oh, arbeitet ja gut. Ja, stellenweise ist man nett, aber oh mein Gott. Ich bin zufrieden, so wie das, ich brauche nichts einzusetzen, ne? Ja. Aber ich werde nachher nach Hause fahren, ich werde probieren den anderen ran zu hängen. Ob der auch klarkommt damit. Okay. Ja, perfekt. Ist auf ein Feld alles angesät. Perfekt und hübsch. Soll ich das noch machen, oder? Ne, ne, da ist noch nichts abgeändert, muss ich jetzt mal abwerfen. Sondern in Reifen. Von uns in Nase, da hat's reingeregnet, Soja-Bohren, das war so ein Mist. Ja. Wenn ich was trocknen muss, danach kann ich nichts mehr verdienen. Deshalb. Alles gut. Ja, gut. Okidoki. Dann bis, äh, ja. Später. Bis dahin. Danke für den Öffnach. Ja, kein Problem. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. So. So. Und dann gehen wir auf. Und weiter geht's. Und dann gehen wir auf. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020